Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Mario Wonder Festival der Fäuste. Es geht zu langsam Richtung Finale der Hauptstory. Ich habe Offscreen jetzt noch beim Arena den dritten Blumenmünzel geholt. Und jetzt bin ich mal gespannt was hier auf uns zukommt. Das haben wir ja eigentlich gut überstanden. Ich glaube ich muss hier irgendwie im Gleichgewicht sein. Warte ich jetzt nochmal? Ich habe gesagt ich warte eigentlich, aber okay. So. Aua. Naja. Ich denke mal die Idee bei der Münze war, du springst auf den Gegner drauf und dann kriegst du die Münze. Also. Ich nehme das halt eben auf. Drück daran ist jetzt nur, dass ich jetzt kein Items habe. Ich denke mal eben wie es geht. Oh. Ja. Es ist so klar. Aber die Münze ist tatsächlich genau. Oh Yes, checkpoint Das ist ein Mist. Das ist ein Mist. nein wo er doch noch gucken ob da oben was ist jetzt blöd jetzt habe ich mir da keine konzentration wird ja schon andererseits ich hoffe da oben war jetzt nichts die kummasse im hintergrund Wowie, soie! Oop! Oh Scheiße. Du bist so gut. Kommt, 2, 2. Kommt. Kommt, 2, 3. Kommt, 3, 2, 3. Kommt, 3. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Okay. Mist. Ui, das war knapp. Ah, nein. Oh, ich will mich jetzt an Türen. Nice. Okay, das dafür macht Spaß. Ja, da bin ich echt ein super Fan von. Wunderschön. Wuhu! Herzlichen Glückwunsch, du hast alle Wundersamen auf den Blüteninseln gefunden. und zur Belohnung erhältst du 100 Blumenwinzen. Oh, das Festival der Forster habt ihr also überstanden? Ich bin beeindruckt. Aber freut euch nicht zu früh. Das war schließlich nur der Auftakt. Die wundervollen Beats des Hauptevents werden auf der ganzen Welt ertönen. Nein, im ganzen Universum. Niemand kann sich ihnen widersetzen. Dickende Köpfe, tappende Füße, alle werden förmlich gefesselt sein. Und nun ist es eine Zeit für das epische Wunder, das ich vorbereitet habe. Applaus, denn jetzt kommt Bowsers Finale. Das gesamte Publikum begibt sich nun bitte zur Hauptbühne. Warte, da muss ich jetzt erstmal kurz wirklich ein Schlückchen trinken. Wenn ich aufgewachsen bin. Das kann der D-Finale. Der letzte Kampf. Bowsers Finale. Endlich haben wir es geschafft und jetzt machen wir Bowsers üblen Plänen ein Ende. Toll, ihr seid ja richtig weit gekommen, aber das ist egal, denn jetzt ist Schluss mit Spielchen. Ich habe einen Platz in der ersten Reihe für Papas großes Finale und ihr ruiniert mir da nichts. Jetzt werdet ihr sehen, wie groß und böse ich wirklich bin. Hier kommt mein super, mega, super, cooles Wunder. Ach du Scheiße. Oh oh. Würden wir sagen, das war ein Schuss in den Ofen. Jetzt ja auch. Sieht nicht so aus, als gäbe es hier Blumen. Oh nein, Scrolling-Nabel. Oh, das ist ein Schuss. Oh, das ist ein Schuss. Aber wenn es hier ja... Nein, wenn es hier ja kein... Sternenmünzen in dem Sinne gibt. Nämlich einfach den Superpilz. Na Mist. Wo sind wir hin? Warte, ich seh schon, ich seh schon, ich seh schon, ich muss... ...herein. Ich seh schon. Wunderschön. Oh Gott. Oh Gott. Hallo Drache. Aua. Drache macht mir Schaden? Wann ich jetzt nicht besonders? Wann ich jetzt nicht besonders? Wann ich schon? Ja, ich komme noch zurecht. Aktuell ja. Hallo? Hallo? Wann ich scheiße? Wann ich scheiße? Wann ich schon ja Blume? Oh oh. Ah Mist. Warte, muss das jetzt einen Best in One? So. One of One jetzt hier mit dem Best in Level? Das wäre lustig. Oh, ne? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nee. Ich bin auch froh, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Hui. So. Okay, das wäre lustig. Wui. Nee. I believe I can fly. Check Point. Eins. Zwei. ein Spray? Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Verzeiht die lange Wartezeit. Seid ihr bereit, unter meinem brennenden Beats dahin zu schmelzen? Beim Finale wird das ganze Universum für immer und ewig zu meinem gefesselten Publikum machen. Baust das Finale und los geht's. Eins, zwei, eins, zwei, eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und für den Beat. Ja, ich bin ein Kloch. Nummer zwei. Man kann die auch so vernichten, okay. Oh. Wee. Ja, ich weiß. Ja, mal. Oh, oh, it skips unknown timing. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und nicht. Ich verliebe es ein bisschen. Hätte alles aus. Wunderschön. Und kommt sie jetzt wieder zurück. Okay, das war's. Jumbo, Shuffle. Ah, okay. Okay, das dauert jetzt etwas. Wunderschön. Ich glaube, da geht sein Hirn gerade flüten. Tschüss. Tschüss. Bowser wurde besiegt. Oh, hab's hier. Oh, hon. Oh, hi. Oh, hon. Oh, shit. Oh, hallo. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Alle sind glücklich Untertitelung des ZDF, 2020 Achso, ich kann mir die Stände einsammeln, okay Okay Okay, das ist schon eine lustige Idee Wenn wir zumindest die 100 Sterne schaffen Ich mache scheinbar keinen Schaden Jetzt wird es eisig Hey Das frage ich mich auch, du Nicht von euch Hey, helfe Okay, das sind lustige Idee Uh Hey Nicht schubsen Hey Hey Die schubsen mich alle Hey Hey Hey, komm Hey, komm Hey Was? Tть Hey Okay, das ist lustig, hey! Das ist lustig, wiii! Okay, das mag ich! Sonst sind die Greys bei meinem Spiel immer so langweilig zum Schauen, aber hier, wiii! Ja, bis auf eins hab ich noch alle erwischt. Ich bin jetzt nicht so langweilig, hier. Oh, Blatia! 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 Das sieht eigentlich gut aus, dass ich die 300 noch kriege. Nice! Oh, blatia, blatand! Blatia, 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 blatia! Oh, blatia! Man relationship mit stre publikum! Ach, was du? I believe, Friedrichs house! War es da schon? Ja, das hat Spaß gemacht. Mist. Ich wollte eigentlich so, dass Marius so genau da in der Mitte ist. Ja, Bowser. Das war es wohl mal wieder für dich. Du lernst auch nie dazu. Und sie lebt glücklich und zufrieden. Bis an ihr Lebensende. Kommt bald wieder. Mach ich. Gut, und dann sage ich jetzt erstmal, danke schön für Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei den Spezial-Welt von Super Mario Bros. Wonder. Bis dahin. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Dafür erhältst du eine Medaille. Jetzt hast du schon eins. Die Level, die du noch nicht gefunden hast, werden nun als Fragezeichen auf der Levelübersicht angezeigt. Der Laden hat neue Abzeichen im Angebot. Oh, jetzt. Hier zu sein erinnert mich daran, wie alles angefangen hat. Wir sind so viele Orten gereist und haben so viele Wundersamen gesammelt. Aber es muss mehr Wundersamen und 10er Blumenmützen geben, die wir bisher noch nicht gefunden haben. Es würde mich sehr freuen, wenn wir sie gemeinsam sammeln könnten. Gut, aber ich sage jetzt wirklich an dieser Stelle, danke schön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Super Mario Bros. Wonder. Bis dahin. Tschüss, bis zum nächsten Mal.